Hallo liebe Leute, mein Name ist Peter und ihr guckt AVA Group Media an. Heute werde ich euch ein paar Artikel zeigen, die ich auf Ebay gekauft habe. Wir machen praktisch ein Unboxing Videos. Legen wir mal los. Musik Als erstes werde ich euch zeigen, diese Anker 20.000 mAh Powerbank. Diese Powerbank ist Qualcomm QC 3.0, also schnell ladefähig. Das heißt, wir können den Powerbank viel schneller laden und wir können auch unsere Geräte viel schneller mit dieser Powerbank laden. Dazu haben wir noch ein markereigener Schnellladegerät gekauft, damit wir statt die 10 Stunden diese Powerbank innerhalb von 5 bis 6 Stunden aufladen können. Und so sieht der Powerbank ausgepackt. Es hat nicht extrem viele Texte drauf. Ist relativ klein zu der 20.000 mAh Kapazität. Es hat einmal eine Anker Schrift drauf. Auf der anderen Seite den Qualcomm QC 3.0 Schrift. Auf der Unterseite hat er die Beschriftung, was immer obligatorisch drauf sein muss, dass es 20.000 mAh und 72,36 Watt Stunden leisten kann. Man kann den Gerät mit 12 Volt laden und er kann auch mit 12 Volt entladen. Auf der Seite findet ihr noch einen Knopf, welcher euch einfach zeigt, wie der Ladung ist. Es ist relativ zu vertrauen, was er anzeigt. Vorne haben wir einen Micro-USB-Eingang, den QC 3.0 Ausgang, der auch 12 Volt laden kann und einen normalen Quick-Charger-Port, der mit 9 Volt unsere Geräte laden kann. Die 20.000 mAh stimmt allerdings nicht. Mein Samsung Galaxy S7 Telefon, der 3000 mAh Batterie hat, kann ich mit dem 5 mal aufladen. Das heißt, er hat so 16.000 mAh Ladekapazität. Wie wir wissen, das hängt auch stark vom Wattstunden ab, also wie schnell seine Kapazität abgeben kann, muss. Trotzdem, ihr werdet auch nicht wirklich ein Gerät auf dem Markt finden, der bei 20.000 mAh draufsteht, 16.000 mAh auch abgibt. Wenn ihr ganz langsam entladet, dann kann man bis 18.000 mAh hochgehen. Das ist ein perfektes Gerät für den Preis für etwa 60 Euro. Der Powerbank kommt noch mit dieser Hülle-Tasche, wo man beim Reisen den Powerbank schön verstauen kann, ohne dass der Powerbank irgendwelche Schaden abkriegt, zerkratzt wird oder sowas. Das ist eine sehr nette Touch dazu. Ich zeige euch noch diese winzig, und zwar nicht so winzig, Powerbank, die ich vor dem Anker gekauft habe. Dies kostet nur 27 Euro, steht auch 20.000 mAh drauf, gibt aber kaum 8.000 mAh ab. Also, ich habe dem Verkäufer angeschrieben, dass das Gerät, was er verkauft, ein Haufen Scheiße ist. Und ich habe 17 Euro zurückbekommen. Dieses ganze Gerät wollte ich zum Urlaub einsetzen. Den Anker kann ich auch beim Urlaub einsetzen. Wenn ich zum Beispiel nächsten Monat nach Bovington, UK, dem Tankmuseum fahre, und ich dort Sachen mit einem Handy aufnehme als Kamera, dann will ich in der Lage sein, den Kamera und andere, die Geräte, die ich euch noch zeigen werde, laden können. Und so sieht diese Powerbank auf Ebay aus. Der Anker 20.000 mAh Powerbank kostet etwa 60 Euro. Jede Zeit war ein gutes Investment. Es ist ein perfektes Gerät. Wenn euch diese Video gefallen hat, dann drückt auf den Like-Knopf, abonniert meinen Kanal und teilt diese Video mit eure Freunde. Wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss.